Läuft schon? Läuft schon. Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Against mit dem lieben Tobi. Hey. Und natürlich mir. Ja. Ja. Genau. Super. Super. Schon oder? Ja. Also ja. Können wir gleich wieder aufhören. Ja. Anmod war perfekt und jetzt ja passt. Tschüss. Gut. Aha. Ich habe gerade eine Meldung gekriegt und denke mir so, okay und was soll ich mit der Info jetzt? So, irgendwas von wegen der Meeresgott Poseidon schaut alle Schiel an, die ihn nicht ehren, weil ich habe ein Tempel des Poseidon oder so fertig gebaut, aber habe mir dann irgendwie gedacht, okay und was bringt mir diese Info? Uiuiui. Das klang echt lustig. Ja. Aus der Flasche getrunken. Ich hatte gerade mal wieder Lust auf was Lustiges und habe mir jetzt einen Orangensaft geholt. Mhm. So. Ich stehe jetzt vor der guten Frage, was genau ich jetzt vorhabe zu tun. Ich muss mir mal wieder meine Diplomatie, äh, nicht Diplomatie, sondern mein, äh, äh, Volksdingens angucken. Mhm. Ja, wow, das ging ja, ist ja ziemlich geil gerade. Also, mit 86 Prozent, da würde ich sagen, kann ich mich nicht beschweren. Ja, ja. Läuft, läuft. Äh, ich könnte mittlerweile einen Würdenträger machen, allerdings kostet er mich, glaube ich, und das, äh, kann ich eigentlich nicht so richtig brauchen. Wie sieht das aus, wenn ich mit der Armee rausgehe? Dann habe ich hier minus drei. Ähm, an sich würde ich nämlich sagen, ich würde hier gerne mit der Armee aus Ding rausgehen, aus Athen. Mhm. Och, der, der sieht ja knuffig aus. Eison. Wow, der hat jetzt schon zwei Gravitas und der ist vielleicht zwei. Warte, da steht doch irgendwo das Alter, oder? Ja, das, das steht da. What? Rene, 24, ihr Ehemann, 51. Wow, krass. Bei mir ist es zum Glück andersrum, also 43 und 30. Und der Sohn, 0. Oh. Er warte, ah ne, warte. Ah, doch. Ja, das, das Alter ist, äh, rechts unten, ne? Erben erklären, verkünden, wer die Gymnastie übernehmen wird. Adoptieren. Hä? Ja, du, du kannst mal deinen, deinen Sohn adoptieren. Hä, warum, sich ein, hä, das macht überhaupt keinen Sinn, aber adoptiert ein Parteimitglied in eurer Familie, plus zehn Gravitas für das Ziel, minus, äh, minus fünf Gravitas für alle anderen geeigneten Erben, benötigen zwei mehr Autorität als das Ziel über der Hing, über Hingabe verfügt. Hä? Äh, mein ich, meine, machen wir das. Warum, warum muss ich denn jemanden aus meiner eigenen Familie adoptieren? Ähm, musst du nicht. So, äh, ja, keine Ahnung, warum man das kann. Hä, aber das Ding ist eher, ich kann aus den anderen Familien, also gut, ich meine, da gibt's natürlich nur den, äh, gibt's nur den, äh, den Anführer von der anderen Partei, bei dem geht's natürlich nicht, aber. Mhm. Also ich hab eine Armee, ich soll eine Armee in, ähm, in Athen aufstellen, und hab aber das Problem, dass ich nur Leute von der feindlichen Dynastie habe, also feindlich, aber, äh, weißt du, was ich mein? Ähm. Naja, dann, dann stell einfach, äh, eine Armee auf. Ja, aber warte mal, die müssten mir doch irgendwo angezeigt werden, oder? Wer? Wer? Charaktere, andere Adlige. Okay. Sie verha- Sie soll sich mal einen Ehepartner suchen. Auf jeden Fall. Äh. Aber, was ich jetzt immer noch... Also, weil, davor war's ja so, wenn man, ähm, äh, man, man konnte aus einer anderen Partei, also zum Beispiel aus, bei, in dem Fall der Dynastie der Eurypontiden, der Eurypontiden, einen Charakter auswählen und den in seine eigene Partei adoptieren. Mhm. Oder? Ja. Jetzt ist das aber nicht mehr so. Also, weil ich sehe zwar, dass, wenn ich einen General einsetzen möchte, dass ich haufenweise Leute dafür habe, aus der anderen Partei, aber keinen davon sehe ich in diesem Menü, muss ich den dafür erst, ah, vielleicht muss ich dafür erst eine Armee aufstellen, damit er angezeigt wird und dann kann ich ihn adoptieren. Also, das könnte sein. Probier ich demnächst mal aus. Aber jetzt gerade habe ich auf jeden Fall, dadurch, dass sich da einen den Ehemann gesucht hat, habe ich jetzt noch einen Politiker hier am Start, ähm, mit dem ich eine Armee aufstellen kann. Ich tue den sowieso gleich wieder weg. Äh, ich will nur hier die Belohnung haben. Und jetzt, äh, warte, nee, hier auflösen und dann, der Typ geht ja dann wieder zu seinen Pflichten zurück, nicht wahr? Äh, wenn ich eine Armee, also wenn ich jetzt einen General anheuere und dem, um halt mal zu testen, ob das wirklich so ist, wie ich mir das denke, und ich den dann wieder auflöse, dann hat der aber ja einen Sitz im Senat, ne? Ja, ja. Und ich kriege nicht die 400 Geld wieder zurück, die ich für ihn ausgebe. Nee. Äh, risky. Aber du, du könntest einen General von den anderen hernehmen, um die öffentliche Ordnung halt da zu pushen oder irgendwas anderes. Und halt den einfach nur in der Stadt versauern lassen. Ja, beziehungsweise ich hätte einen Politiker von denen. Ich weiß nicht, ob ich lieber einen Kandidaten oder lieber einen Politiker nehme, weil Politiker kosten halt nix. Ja. Ja, ja. Und Politiker sind halt gefährlicher wegen der Politik, ne? Genau. Ich glaube, ich tue wirklich, ich tue den einen, tue ich jetzt hier mal rekrutieren. Und jetzt schaue ich, ob, ja genau, weil er wird jetzt angezeigt. Hier steht jetzt nicht verfügbar für Mitglieder einer nicht herrschenden Partei beim Adoptieren. Mhm. Oder kannst du den gerade nicht adoptieren, quasi? Ja, das Ding ist, ich verstehe nicht warum. Hm. So, also nicht herrschende Partei bedeutet das, wenn ich jetzt eine Demokratie wäre und die mehr zu sagen hätten, dann würde es gehen. Oder wenn die halt vom, wenn die gesamte Ding her, wenn die vom Einfluss her größer wären, dass das dann gehen würde. Also, wenn ich halt keine 86% hätte, sondern meinetwegen nur 70% oder so und die halt dann mehr zu sagen hätten, ob es dann geht oder keine Ahnung, wie das jetzt geregelt ist. Weil das nervt mich ein bisschen, dass ich das nicht weiß. Ja, also mit den Adoptieren, ähm, die haben das halt geändert. Also, ich, ich weiß es auch nicht, 100% Ähm, 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 ich glaube das, ich glaube das, also, ich konnte mal einen, äh, Adoptieren, der aus einer anderen Familie war. Aber ich, ich weiß nicht mehr, wie, warum. Ja, also, auf jeden Fall greife ich jetzt nochmal Larisa an. Okay. Mit meiner Fullstack dann, das brauchen wir, äh, nicht spielen, weil das ist ziemlich eindeutig. Mhm. Äh, ja, bitte eine aggressive Stellung. Oh, du hast ja, äh, ja, okay. Ja, ich habe es so gemacht. Boah, scheiße ist das gerade laut. Ich habe es so gemacht, wie du gesagt hast, dass ich das, ähm, äh, dass ich das eine halt verwende, um hier den, äh, den Einkommen dann verwende, damit ein bisschen die öffentliche Ordnung nicht so scheiße wird in der, äh, in der anderen Provinz. Und die andere Armee habe ich jetzt halt benutzt, um Larisa einzunehmen. Ja, genau. Und, also, hier steht noch die eine letzte Einheit von Athen, sehe ich gerade. Mhm. Hier steht die eine Einheit mit den drei Soldaten von Makedonien. Dann hat Makedonien hier hinten noch eine sieben-Truppstarke und eine vierzehntruppstarke Armee in Pella. Und dann gibt es hier noch Epirus und Syrakus mit einer Fullstack-Armee mit dem glorreichen Namen Die Wut. Okay. Illyrische Speerkämpfer. Die sind besonders gut darin, sich im Wald zu verstecken, habe ich das Gefühl. Diese Einheiten sind halt eigentlich ultra schwach. Weißt du, der hat, warte, ich muss mal kurz, eins, zwei, drei, vier, fünf, also fünfzehn von zwanzig Einheiten sind diese Illyrischen Speerkämpfer. Die sind eine durchschnittliche Defensiveinheit. Sie haben geringen Schaden, aber durchschnittlichen Rüstungsdurchschlag, schwachen Angriff und schlechte Moral. Sie haben die Fähigkeit Quadrat und verstecken im Wald. Also, nix. Die fünf übrigen Einheiten sind einmal Illyrische Söldner-Kavallerie. Für die gilt sehr ähnliches. Das Einzige, was sie zusätzlich haben, ist rasender Angriff. Weil es halt wahrscheinlich eine Schock-Kavallerie ist. Ja. Dann sind es noch Söldner-Heerbannen. Für die gilt das Gleiche, aber die haben nicht mal die Quadratformation. Und der König mit Illyrischen Hopliten. Diese eine gute Defensiveinheit machen, aber geringen Schaden auch, haben auch einen durchschnittlichen Angriff und eine normale Moral. Der hat nicht eine einzige Fernkampfeinheit. Also, wenn ich den angreife, müsste ich den eigentlichen Grund walzen. An sich schon, ja. Weil, wenn ich mir jetzt meine Einheit angucke, ich nehme jetzt mal so eine Pekingier-Einheit. Gute Defensiveinheit. Geringer Schaden, aber durchschnittlicher Rüstungsdurchschlag. Durchschnittlicher Angriff. Normale Moral, da ist nämlich jetzt der Bonus nicht drin. Und sehr verwundbar, wenn nicht in Phalanx, aber die stehen durchgehend in Phalanx. Bei mir. Also, ist es egal. Spartade, Hopliten. Gute Defensiveinheit. Geringer Schaden, aber durchschnittlicher Rüstungsdurchschlag. Durchschnittlicher Angriff. Normale Moral, auch ohne den Bonus. Und dann aber halt auch wieder mit diesen ganzen Boni, die halt noch nicht, also diszipliniert. Diese Einheit erleide keine Moralverluste nach dem Tod des Generals. Sie kann sich auch nach einer Flucht öfter sammeln. Ja, versuch's. Ja, das Ding ist noch, also jetzt in der Runde kann ich den sowieso nicht angreifen, aber allgemein, weil ich, also ich hab ja gerade Larisa eingenommen. Hm, achso. Aber allgemein, wenn ich das mache, dann dürfte der mir eigentlich so ziemlich nichts entgegenzusetzen haben. Ah, nee. Also, nicht nichts, aber halt nicht viel. Ah, nee, nichts. Das ist wirklich so. So, naja, ich schau jetzt erstmal, wie Makedonien jetzt auf meinen Zug reagiert. Mhm. Und mute mich mal kurz, damit du kein komisches Trinkgeräuschen darfst. Ich bin gerade am Trinken und hab mal einen halben Lachanfall bekommen. Athen, möchte ich jetzt scheinbar Larisa zurückhaben. Mit, mit, äh, zwei Einheiten, oder? Äh, nee, es sind ein paar mehr, aber, ähm, du siehst jetzt die Diagnose. Ja, wieder kommt jetzt rot, oder? Ja, 2200, äh, fast 2300 Mann gegen nicht mal knapp 400. Wieso greift er da an? Ich hab keine Ahnung, verzweifelter Schicksalsschlag gegen Sparta ausgerechnet. Also, da hätte er gegen die makedonische Einheiten bessere Chancen gehabt. Aber gegen die, gegen Syrakus, Apollonia braucht er wahrscheinlich nicht probieren. Ähm. Gegen, äh, Makedonien in Dings braucht er sowieso nicht probieren. Das Einzige, wo er es probieren hätte, können, wäre Sparta. Das wäre, glaube ich, noch am besten gewesen. Aber bis dahin ist er halt nicht gekommen, vom, der Fußmarsch Dings her. Ja, hätte er halt, äh, weitergegangen. Und, äh, selbst da hätte er, dann muss man sagen, wahrscheinlich... Ja, klar, aber das wäre schlauer gewesen, als jetzt, äh, eine Furste-Karmee anzugreifen. Hm. Ich glaube, ich nehme die Sklaven. Ja. Nach, äh, halter spartanischer Tradition. Jetzt auf einmal pusht das Ding übel. Lol, was will denn jetzt der... Jetzt kommt hier auf einmal der Typ aus Syrakus, kommt hier so um die Ecke. Und jetzt kommt der Pergamon mit, äh, 3000 gegen meine knapp 2000. Uiuiuiuiui. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Hm, hm, hm. Ach so, ich kann gerade gar nichts machen, weil weder du noch Pergamon dran ist. Äh, sorry. Ja, äh, der greift mich gerade an und, äh, ich überlege, ob ich das annehme oder nicht. Hm. Ähm, der hat Pikiniere. Der hat halt... Hast du dir ein Kampfangebot, oder was? Hm? Hey, möchtest du kämpfen? Ja, ich überlege, ob ich, äh, mich zurückziehe oder nicht. Äh, der hat halt vieles Söldner. Ja, gut, die gehen schnell flöten. Äh, nicht die, äh, Veteranen-Hopliten. Die sind gut. Ach so, der hat Veteranen. Okay, ja, gut. Das ist... Hm, ja, aber, komm, so, äh, kurz speichern, weil das ist meine Hauptarmee. Gut, du darfst spielen, wenn du willst. Ihr muss mir mal kurz die Einheiten angucken. Hm. Pikiniere, Pikiniere, der General auch Pikiniere. Genau, also beide... Ja. Kaff und viel... Viel Fernkampf. Ja. Okay, schauen wir uns mal an. Also der Unterschied beläuft sich halt auf ungefähr 100 Einheiten. Äh, 100 Mann meine ich. 100 Einheiten wäre ein bisschen krass. Hm, nee, 1100. Du hast zwei Armeen. Ach, Tatsache. Ja. Ich kenne unten noch Verstärkung. Genau, und die Verstärkung, also der, ähm, was wieso, äh, okay. Du hast gerade ziemlich gestockt, ja, was los? Ähm, der General von der Zweiten ist auch Pikiniere. Ja, warte mal kurz, warte. Okay. Robert ruft mich gerade bei Skype an, äh, der will wahrscheinlich vor Honor zocken. Na, aber jetzt öffnet sich mein, mein, Roam öffnet sich nicht. Das bleibt jetzt in diesem kleinen, ah, jetzt hat's, okay, ich dach gerade schon. Alter. Ein Schock. Hä, 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 hä. So. Okay, ich kriege noch eine Verstärkung-Armee. So, das da sind die Hoppliten. Ich muss mir jetzt einmal kurz hier die Einheiten angucken, damit ich weiß, was ich hier überhaupt hab. Äh, sichtlich so. Okay, ich hab hier ein paar Leute mit, äh, hässlichen Helmen. Ähm. Ist wahrscheinlich so der Trend bei, äh, was spiel ich hier? Ja, Pergamon spielst du. Bei Pergamon ist das wahrscheinlich gerade im Trend. Ähm. So. Ich, ähm, bin Angreifer, oder? Ja, genau. Äh, warte, ich schreib mal kurz Rohwert bei WhatsApp. Äh, äh, würdest du danach auch mit vorne zocken, oder bist du dann fertig für heute? Ähm, ich wär, äh, ich wär fertig für heute. Ede. Also, morgen können wir ja gerne zocken. Alles klar. Gut. Dann, weil ich hab jetzt überlegt, ob ich ihm schreibe, danach kommen wir und spielen mit, äh, vor Honor, und dann hab ich mir gedacht, warte mal, dafür sollte ich dich vielleicht fragen, wo du mitkommst. Nicht, dass ich jetzt sage, ja, Tobi, kommt mit, und dann am Ende du so, äh, was? Nein. Vor Honor, bleib, 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 was ist das denn? Ähm. So. Ach, wie süd, das ist ja cool, das ist schön, ach so, aber es regnet. Ey, ist das sein Ernst? Hahaha. Ich hab's nicht ausgewählt. Nein. Äh, er hat, Robert hat mir gerade schon wieder geschrieben. Ach so. Äh, mir schon wieder über Skype angerufen. Ja, vielleicht hat er es noch nicht gelesen. Ja, kann gut sein. Ich schreib' mir jetzt mal über Skype ne Nachricht, weil die müsste er ja kriegen. Äh, äh, über Steam mein' ich. Äh, so. Aber der, der, der muss doch, äh, merken, wenn du bei Skype nicht annimmst, das halt, es gerade nicht passt. Also eigentlich. Ja, keine Ahnung. Naja. Das Ding ist, Vor Honor macht alleine deutlich weniger Spaß wie zu zweit, also. Ja, das ist ja klar. So, äh, ich, also, ich kann mir schon vorstellen, dass er es einfach mal probiert, weil es kann doch sein, dass ich mich verklickt hab' oder was auch immer. Äh, vor allem, es steht ja ignorieren da und nicht Anruf ablehnen. Ach so. Bist du bereit? Ja. So. Es nähert sich feindlicher Unterstützung. Es nähert sich. gut da was sie ich schon da da ist sie da und seine Verstärkung gerade das ist ich hätte siehst du nachversichtender wir haben die versteckten hallo hallo wie geht uns denn heute ja schon ich gehe mal wieder mach das so und ihr meine Freude dürft gerne mal nachrücken von da unten am Arsch der Welt also Wetter hättest du dir echt ein schöneres aussuchen können das sind ja doch keine Kampfbedingungen ich hab gar nichts gemacht aber an sich kommt es mir natürlich zugute wegen meinen Elefanten ja genau ich kann dich nicht mit Feuerpfeilen beschießen das ist wohl richtig das ist korrekt das ist mir auch schwer machen wir Prozent vielleicht Sagen wir so so einfach wie beim letzten Mal wie die Stil nicht Prozent er hat er die entdeckt nachher stößt und wie geht es so da drüben ganz gut ganz gut nette kleine hügelchen haben wir da ne du müsstest doch in der theorie von da unten weniger reichweite haben als ich oder habe ich auch aber ich habe einen bonus auf reichweite also haben wir glaube ich gleich reichweite er hatte das aufsteigen ist es eine einheit ach so ne ok ich bin gerade einfach nur bei einer anderen einheit ich denke mir gerade in im er soll oft schießt du denn zur Hölle sie deine Steine hinterm Berg irgendwo lang fliegen ja weil ich sie ja nur Prozent die die vordere Reihe ich jetzt siehst du die erste Reihe Naja wenn die von unten schießen und da siehst du auch nur eine Einheit ne so ungefähr ja eine Einheit Steinschleuderer so ziemlich unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt das machst du nicht äh doch ich glaub schon nein glaub nicht äh doch ich glaub schon ich glaub auch ich mach das jetzt gleich nochmal unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt was ist du denn für eine Kavallerie warum ist sie so schnell ja die hätte eigentlich schneller sein sollen beziehungsweise der ja beziehungsweise der der Sperrträger hätte sehr viel schneller sein müssen raus da ihr Penner meine Fresse hier müsst ihr euch jetzt nicht die Formation einhalten ihr sollt da rauslaufen und das denn für ein paar Idioten ja zurück 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 lol die Einheit lebt noch wuuh warte mal die können auch angreifen cool so ich glaube jetzt sind wir dann bald versammelt sammelt hm hm das blöde an 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 den ähm Wäldern ist das man gar nicht sehen kann oder so wenig sehen kann hm 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 ach das meinst du mit äh die können auch schießen ja die Spere zu dir hochschmeißen noch bevor sie überhaupt zu dir hochgehen unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt dass wir nicht ganz so geil weil sie das welt hassen ne eigentlich nicht So, irgendwo hier steht doch jetzt noch diese Einheit rum. So. Das jetzt schon. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ich finde es auch geil, wie die einfach das Wanken anfangen, schon so ungefähr bevor sie da sind. Hä, sind das nicht auch Pekiniere? Ne, es sind Schwertkämpfer. Ne, doch, schwere Pikeninfanterie steht da. Warum kämpfen die da mit Schwertern gegen deine Piken, die Deppen? Hast du vergessen, die Piken anzumachen? Das muss ich anmachen? Ja, natürlich. Oh Gott, was seid ihr denn für Pfosten? Dann ist klar, dass die schlechte Scholl. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Oh, da hab ich's ja gerade noch rechtzeitig gesehen, du. Ah, verdammt. 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 Ja, aber du hast sie trotzdem noch gecatcht. Ja, aber du hast sie trotzdem noch gecatcht, die macht extrem viel damit. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Kaniere. Die Kaniere. Ich erwarte eure Befehle. Zubefehl. Die Pfosten, Pfosten, Pfosten. Reiter, drucken die Geschwindigkeit. Verdrucken den Himmel. Die Kaniere. Verwischer, hoffliezen. Die Pfosten. Die Pfosten, 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 Pfosten. Hm. Hm... Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wie viele Einheiten hast du denn noch? Eine Menge. Ja, ich seh schon. Alter. Ja. 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 Ich, ja. 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 Er wollte nicht alle, ähm, alle da weghauen. Also, gell, quasi, ja, egal. Haben die, ach, die haben schon keine Pfeile mehr. Puh, du machst das echt anstrengend für mich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, welche Bogenschützen, ich krieg's mir wurscht. Das setzt eine Kaff noch mit rein, aber die eine Einheit geschützt, sollte noch weggehen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anwege. Die Infanterie bereit. Stopp, Röger, Gäste, nicht ein. Die Gäste, die Gäste, die Gäste, die Gäste. Outplay. Näää. Ups. Ja okay, jetzt hast du sie Was ich nicht ganz verstehe ist warum die die Bogenschützen oder die allgemein die Schützen immer so spät erst das Plänkeln anfangen Lol die Generalseinheit schon komplett kaputt Ja das war schon ewig so und die hält aber trotzdem noch aus Und jetzt erst mal fett mit der Kraft durch Auch geil meine meine Schützen hier schauen einfach die ganze Zeit komplett in die andere Richtung nicht Jürgen 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 Ah ja jetzt fangt bei mir aber ganz schön viel Ja ich versuche ja auch die ganze Zeit so umrunden und so Ja beziehungsweise auf der einen Einheit trampelst du gerade mit deinen Elefanten rum Ja genau Fettsäcke! Boah Geht runter da Oh aber ich glaube deine Elefanten fangen gerade an zu ragen Echt? Die mögen Speere nicht so richtig oder? Ne die sind ganz normal Ach so ist das einfach nur der Ach so das ist eine Fähigkeit die für mich schlecht ist oder was? Ich glaube ja weil das rot ist Ne also für mich ist die auch nicht ganz so gut weil sie halt ja anstrengend ist Ach so Ja Jürgen Jürgen Ulla ich glaube das war's Ah Alter Wow Das war heftig Ja gut, aber so richtig nach knapp sah es jetzt auch nicht aus, obwohl es steht da, knappe Niederlage Ja, vor allen Dingen, ähm, bei der einen Seite bist du fast durchgekommen Und, äh, Alter, die einen Pekinierer 350, ne? Uiuiui Ja, bei mir jetzt, äh, nicht so Ich hab das Gefühl, ja gut, man sieht auch, deine Einheiten sind einfach deutlich erfahrener und deutlich stärker Ja, das stimmt Bei dir sind einfach die Einheiten schon so krass Ja, die, die wanken nicht so krass und, äh, mein General ist auch super gut Also der hatte ja drei, drei Fähigkeiten für, oder zwei Fähigkeiten für Massen, ähm, Moral Und eine für, halt, normal, Moral Ja, nee, aber ich meine, ähm, allgemein deine, deine Einheiten sind einfach durch die Erfahrung schon besser Also ich meine, die eine Pekinier-Einheit, wie gesagt, mit 350, äh, Kills fast Mhm Äh, bei mir gibt's nicht mal eine, oder es gibt, nee, bei den ganzen Nahkampfeinheiten ist keine über 50 Kills gekommen Geschweige denn, dass gerade mal welche über 10 kommen Also, ähm Ja, okay, aber man sieht halt nur eine Armee, das ist ein bisschen blöd Also die, die andere Armee war schon besser Weil, ähm Weiß ich nicht Ja, gut Ich hab, äh, ich hab 900 Leute, beziehungsweise ich hab 851 Mann getötet Gesamt Von deinen 2000, von deinen, äh, fast 2000 ist es, äh, nicht ganz die Hälfte Ja, aber schau du, also die andere Armee muss auch schon ein paar Einheiten gekillt haben Ja, auf jeden Fall, das ist richtig Also, mal schauen, ob ich, äh, eine Einheit verloren hab, also Ich hoffe natürlich Also, ich glaube, du hast keine komplett verloren Ja, ja, ich hab keine verloren, aber, ähm, bei 5, 6 oder so, sieht's sehr knapp aus Sehr knapp Ja, cool, ähm Kili Kian ist ein schöner Name War das alles? Meiner gerade so, war das alles? Ja, es war sehr knapp Oder halt, äh, relativ Uh, die Trangianer greifen gerade Persien an Interessant Und was will Knossos von dir? Äh, Knossos, ähm Ich, äh, lese vor Ihr seid weise genug, nicht untätig am Ufer zu sitzen Sondern den vorbeischwimmenden Fisch zu packen Gemeint ist, mit diesem äußerst philosophischen Satz Und einem ziemlich misstrauischen Gesichtsausdruck Er möchte einen Nicht-Angriffspakt von mir Okay Den ich allerdings dankend ablehne Naja, dann kannst du mal, ähm, schauen, wie viel er, ähm, äh, zahlen würde Also ich meine, in, ja Gegen Angebot machen und denken Ja, mach ich nächstes Mal Okay Ich schätze, das Angebot wird nochmal kommen Ich hab's jetzt direkt abgelehnt gehabt Okay, okay Aber, äh, genau Oh, äh, 501. hat ein, ähm, General verloren Warum? Durch Tod, natürlich, oder? Ja, natürlicher Tod, okay Ähm, aber ich hab keinen Typen, der Ähm, der von meiner Familie ist Das ist natürlich blöd Aber dann, dann mach ich mal den krassen Typen Silber Warte Silberschild Pekingierer Oder Ich mach die Schwertkämpfer Und, ähm Rangelhüt Ein neuer Anführer Militärtradition Natürlicher Tod, äh, schade Sklavenaufstand wurde Ach hier, ja, okay Mission erteilt Überfalt die Siedlung Pergamon Ja, okay Ähm Ja Aber ich würde sagen Das, äh, sehen wir dann alles In der nächsten Runde, ne? Wir sind schon Nächstes Mal Bei fast 50 Krass Oder wir sind bei 50 Ja, wir haben, äh, lange gespielt noch jetzt Na Ja, halt So, viel passiert nochmal Genau Dann speichere ich nochmal Sehr gut, stimmt Und, äh, sage Danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Bye, bye Bis denn, haut Renne Sehr schön Haut Renne Das geht cis Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020